Andreas Zakostelsky, bitte Herr Pörder. Der Finanzsprecher der ÖVP, Andreas Zakostelsky, ist der nächste Redner. Meine Frau und Herr Präsident, Herr Bundesminister, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Europäische Union war bekanntermaßen heuer im ersten Halbjahr bereits in sehr turbulenten Phasen. Wir können uns erinnern, es war tatsächlich 5 vor 12, wenn man das so schön ausdrückt, eine Einigung in letzter Sekunde zwischen der EU und Griechenland, die das dritte Hilfspaket mit sich bringt. Das war tatsächlich notwendig, um eine Zahlungsunfähigkeit Griechenlands abzuwenden. Es wurde in diesen Tagen immerhin auch bereits ein Ausstiegsszenario Griechenlands aus der EU diskutiert. Und ich glaube, mittlerweile sind wir alle froh, dass es dazu gekommen ist, eine Einigung herbeizuführen. Denn die Folgen eines solchen Austritts wären weder für die EU solches noch für Griechenland ernsthaft abzusehen. Meine Damen und Herren, eine wichtige Maßnahme dazu unsererseits war, dass wir hier in diesem Hohen Haus am 17. Juli unserem Bundesminister eine Verhandlungsermächtigung erteilt haben, genau diese Verhandlungen effizient herbeizuführen und zu unterstützen auf internationaler Ebene. Leider wurde dieser Beschluss am 17. Juli ohne die Stimmen der blau-grünen Opposition gefasst. Ich habe mich damals auch ernsthaft gefragt, meine Damen und Herren, wo bleibt hier Ihr Verantwortungsbewusstsein? Die wichtigsten Kernelemente der Vereinbarung hat unser Finanzminister bereits ausgeführt. Und wenn ich mir die ein oder andere Argumentation, weil ich würde jetzt zu weit führen, im Detail darauf einzugehen, aber die hier heute gelaufen ist, ansehe, da möchte ich ganz kurz zusammenfassen. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich einen Mittelweg. Es kann auf der einen Seite natürlich nicht darum gehen, da bin ich schon bei Ihnen, ein Hilfspaket in dem Sinne auf die Reise zu schicken, ein Geschenk. Wir sind natürlich unseren Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gegenüber sehr verantwortlich, dass hier sehr bewusst und vorsichtig mit den Geldern umgegangen wird. Also natürlich auf der einen Seite kein Hilfspaket als Geschenk. Auf der anderen Seite verlangt es aber mehr als nur die europäische Solidarität, sowohl auch das wirtschaftliche Bewusstsein, dass es für ganz Europa wichtig ist, diese Solidarität auch auszuüben, dass wir ein Land nicht einfach fallen lassen. Und genau dieser Mittelweg wurde in dem Hilfspaket, das der Finanzminister heute schon ausführlich und exakt skizziert hat, gewählt. Nämlich ein Hilfspaket mit sehr strengen Auflagen und in der Folge sehr strengen Kontrollen. Auch bereits heute diskutiert die berühmte Tragfähigkeit. Ich glaube, wir alle wissen, dass sich gerade der Währungsfonds nur auf ein solches Hilfspaket einlässt, das wurde auch deutlich von Lagarde kommuniziert, wenn die Tragfähigkeit als gegeben betrachtet wird. Dass Griechenland diese Tragfähigkeit nun tatsächlich stemmen kann, das ist in einigen Voraussetzungen formuliert worden. Es geht hier natürlich darum, diese umzusetzen. Auf der einen Seite die Hilfsdarlehen erst ab dem Jahre 2023 zurückzuzahlen. Diese Rückzahlungen mit einem sehr niedrigen Zinssatz zu versehen und auch die Laufzeit der Rückzahlungen entsprechend lange zu gestalten. Meine Damen und Herren, der Lärmpegel zeigt, dass die Sitzung sich schon dem Ende zuneigen möchte. Ich bin ganz bei Ihnen. Ich möchte es aber nicht verabseimern, an dieser Stelle auch festzustellen, dass wir schon gesehen haben, anlässlich des Falles Griechenland, dass es einige Schwachstellen innerhalb der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion gibt. Ich glaube, dass es ganz, ganz wesentlich ist, darauf hinzuweisen, dass eine gemeinsame Währungspolitik ohne gemeinsame Wirtschaftspolitik zu großen Verzerrungen bis zur Manövrierunfähigkeit führen kann. Und wir sollten uns vielleicht in Zukunft etwas stärker beschäftigen mit dem Plan, mit dem sogenannten Plan der fünf Präsidenten, der im Juni des herrigen Jahres präsentiert wurde. Für diejenigen, die es nicht geläufig haben, gemeint sind die Präsidenten der EU-Kommission, des EU-Parlamentes, des Rates, der Eurogruppe und der Europäischen Zentralbank. Hier ist ganz klar vorgezeichnet der Weg einer verstärkten Entwicklung der Europäischen Union hin zu einer politischen Union bis zum Jahr 2025. Ich bin überzeugt, dass Europa nur so gelingen kann, die auch zukünftig großen Herausforderungen sehr effizient und damit auch kostenschonend für die Steuerzahler zu bewältigen. Auf dem Wege dorthin, meine sehr verehrten Damen und Herren, bekenne ich mich ganz klar für das dritte Hilfspaket. Ich bin überzeugt, dass es notwendig ist und letztendlich, wie bereits dargelegt, auch gut und effizient ausverhandelt wurde. Es gilt an dieser Stelle auch die Anerkennung auszusprechen der Eurogruppe beziehungsweise dem Gouverneursrat und entsprechend hier stellvertretend unserem Finanzminister. Meine Damen und Herren, zusammenfassend glaube ich, dass wir sagen können, gemeinsam sagen können, dass es sehr wichtig war, unserem Finanzminister am 17. Juli diese Verhandlungsmächtigung zu erteilen. Und ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen der Opposition dies mittlerweile erkannt haben und vielleicht auch dazu stehen, dass sie es erkannt haben. Man kann zur eigenen Lernfähigkeit durchaus stehen. Und daher lade ich Sie herzlich ein, heute den Beschluss mitzutragen. Danke für die Aufmerksamkeit. Das Hilfspaket sei ein guter Mittelweg, sagt Andreas Zagostelski, Finanzsprecher der ÖVP. Das Paket enthalte strenge Auflagen und Kontrollen.